Hallo aus Stuttgart. Der erste Messetag ist fast vorüber. Wir schwäbeln auch schon ein bisschen. Neben mir sitzt Daniel Laubscher. Vergangenes Jahr hat er seine Ausbildung als Eventveranstaltungskaufmann abgeschlossen. Und jetzt ist er schon verantwortlich für den Prokina Messestand. Du bist ja Projektleiter. Du siehst etwas müde aus. Wie war das für dich? Wie geht's dir? Die letzten vier Tage hier vor, und einfach das Ganze zu koordinieren und zu schauen, dass alles funktioniert, das macht schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber es hat bis jetzt alles super funktioniert. Der Start wird super angenommen. Die ganze Zeit viele Gespräche hier. Von daher, glaube ich, bis jetzt schon voller Erfolg. Das ist auf jeden Fall der Wahnsinn, dass du vor allem das Jahr ausgelernt hast und jetzt schon verantwortlich bist. Hast du das in deinem Ausbildung erlebt? Ja, man lernt in der Ausbildung viel. Auch die rechtlichen Seiten und so weiter, das alles auch im Klick zu haben. Da legt man auf jeden Fall eine gute Grundlage in dem Bereich. Wir sehen uns ja morgen nochmal. Und deswegen ist es einfach toll bei Prokina Ausbildung zu machen, weil man lernt viel. Man lernt natürlich auch viel in der Schule. Aber hier kann man auch einfach machen. Und das einfach gut. Die CSZ-MG-Lärm-Lirat zum Thema-Lärm-Lärm-Lärm.